Dieses Jahr auf dem Ostermarkt, Raimund mit erlebbaren Handwerk. Raimund, was machst du? Ja, wie man deutlich sieht, das ist Bambus. Wir haben vor, hier für Kinder aus diesem Bambus, der sieht dann auch so aus vorher, eine Flöte zu bauen. Handelzüblich, einmal reinpusten, dann gibt das ein Geräusch. Diese Flöte sieht dann so aus. Das ist dann ein Handwerk. Die Kinder können sowas dann zusammenbauen mit mir. Ich werde ihnen dann Anleitungen geben, das zu bauen. Und am Ende kann man da reinflöten. Bloß, ich möchte jetzt nicht den Zaun von der Flöte jetzt schon preisgeben. Das findet dann an dem Tag statt, wo sie das selber bauen.